Ja hallo, hier ist wieder Chris mit einem weiteren Tutorial für euch und zwar im Bereich OpenOffice Calc. Ja, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie das mit dem Zeilenumbruch funktioniert, also wie ihr innerhalb von einer Zelle mehrere Zeilen schreiben könnt. Denn ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr eine Zelle beschreibt. Ich schreibe jetzt einfach mal was. Dann ist das ja so, dass eigentlich kein Zeilenumbruch stattfindet, sondern man schreibt sozusagen über die Zelle hinaus in die nächste Zelle rein. Um jetzt aber so einen Zeilenumbruch manuell vorzunehmen, müssen wir im Prinzip nur, ich zeige das mal kurz, hier kommt und jetzt können wir zum Beispiel die Steuerungstaste drücken und Enter drücken und dann schreiben wir in der nächsten Zeile weiter. Ich schreibe jetzt mal weiter, einen Text und wenn wir jetzt nochmal die Steuerungstaste drücken, dann schreiben wir nochmal eine Zeiletiefe, aber alles innerhalb der gleichen Zelle. Wenn ich Enter drücke, dann seht ihr, wie sich das auswirkt. Ihr habt gesehen, dass ich jetzt im Prinzip Enter gedrückt habe und hier bei dem letzten Wort geht das auch wieder über die Zelle hinaus, weil ich habe jetzt sozusagen nur manuell einen Zeilenumbruch vorgenommen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das automatisch machen zu lassen. Das heißt, wir gehen einfach mal hier in diese Zelle, also die nächste. Ich drücke die rechte Maustaste, gehe dann auf Zellen formatieren hier oben und wenn wir dann auf dem Registerblatt ausrichten sind, dann können wir hier über Eigenschaften die automatische oder diesen automatischen Zeilenumbruch wählen. Ich klicke das mal an, also mache da ein Häkchen. Ihr habt sogar noch die Möglichkeit, sogar die Silbentrennung zu aktivieren. Das heißt, das wird nicht nur bei dem Wort umbrochen, sondern sogar bei der Silbe. Also das könnt ihr dann selber entscheiden. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, sage OK. Und wenn ich jetzt anfange zu schreiben, dann seht ihr schon, ich schreibe einfach nur gerade, ohne einen manuellen Zeilenumbruch vorzunehmen und dann wird das automatisch schon jeweils immer wieder umbrochen. Das war es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, ihr habt jetzt mehrere Varianten gesehen, wie das funktioniert. Und ja, ich hoffe, dem einen oder anderen hat das geholfen und der kann jetzt damit schon ein bisschen was anfangen. Ich würde mich jetzt freuen und wir sehen uns sicher bei einem weiteren Tutorial von mir dann wieder. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!